so liebe leute herzlich willkommen zurück zum let's play bus simulator kleiner anmerkung von meiner seite aus auf jeden fall Need for Speed ist ja bald durch ich habe ja seit heute die kapkarriere durch also wenn diese folge rauskommt heute das heißt sie werden muss immer der bevorstehen auf die 14 uhr slot weil ich ein bisschen runterfahren möchte mit meinem kanal das schon mal als kleine anmerkung hat seine gründe muss ich nicht weiter erläutern so dass du da schon mal bescheid wisst so auf jeden fall sollen wir auf einer strecke neuen haltestellen machen hauptbahnhof haltestelle landwirtschaftszone und die industriezone und dann sind wir schon weiter wir machen jetzt die dinger runter dann kriegen wir den hafen und die 90.000 weil den rest aber ja schon aber wir haben noch nicht mal die dinger so gut also so ich sollte die hervorgehobenen haltestellen verbinden so warte mal hauptbahnhof das 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 sieben und acht wieso fest nur da oben lang so ich muss ja da warte mal wir machen es anders so also raus so was machen wir denn da aber wir fahren halt nicht drücke genau so fahren wir die strecke nein nicht verwerfen sondern wir fahren sie und schauen wir mal was hinkriegen wir fahren mit dem gelenkbus und beginnen die fahrt du bist in den russauer verkehr geraten okay so dann auf die und die dann hoffe ich mal dass das reicht du brauchst einige fahrkarten woche standard zwei bitte eine fahrkarte ja einzel student eine fahrkarte auch du brauchst eine fahrkarte wahlgott standard und die nächste mit der fahrkarte 1780 ja nie ist klar eine fahrkarte bitte ernsthaft woche student so aber so steinberg west steinberg west Töchschlackloch. So, alle mal einschalten. Du solltest das Bausteigen lassen. Eine Fahrkarte, bitte. Alter, heute wollen sie ja alle Fahrkarten. Danke. Eine Fahrkarte. Ja. Standard. Schon wieder so ein Ding. Danke. Ich brauche eine Fahrkarte. Woche, Student und eine. Eine Fahrkarte, bitte. Wow. Weiter verdienen wir aber bestimmt gut, ey. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ja, du darfst auch eine Fahrkarte haben, Kollege. Eine Fahrkarte, bitte. Und du auch. Also steht eine Minute drüber, weil sie alle Fahrkarten kaufen wollen. Bitte. Wie istotlich? Das war es schon. Jeden ist. Und du darfst. 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 Da gut. Upsi. Die Schlaglöse. Nächster Halt. Steinegg. Kirche. So. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Und das glaube ich auch, dass das echt viel los ist heute. Einzel. Senior. Eine Fahrkarte, bitte. So. Tag. Standard. Eins. Danke. Eine Fahrkarte, bitte. So. Tag. Standard. Eins. Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. Ja, du brauchst auch Fahrkarten, natürlich. So. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Alter, was ist denn los mit euch? Oh, äh, warte mal. Tag. Student. Ja, dann überhole ich mich genau. So, der Gutshof. Tschüssi. Was ist denn heute los, ey? Ja. Ich verstehe, dass das Klopapier ausverkauft ist momentan, aber die ganzen Fahrkarten, was braucht ihr damit, ey? So. So, Tag. Standard 1. Leck mich doch. Wir sind nicht drüber mit der Zeit, da kann man ja immer kontrollieren. Weil der Bus ist gerade schon vorher. Hier, bitte. Hier, bitte. Hier, da hast du den Bein. Na klar, hier. Hallo, zwei Meter Abstand. Hier, bitte. Hier, bitte. Hier ist die Fahrkarte. Oh, und klar. Hier ist die Fahrkarte. Und klar. Na klar. Na klar. Hier, bitte. Hier. Wir haben alle Fahrkarten, aber der Bus ist scheiße voll, ey. Na klar. Oh, der ist relativ groß, ne? Hier. So, was ist mit dir? Hier. Hier. Augenblick. Da. Hier, bitte. Jo, alle haben die Fahrkarten. Sehr vorbildlich. So. Keine Ahnung, ich fährt rüber. Okay. So. Gut, dann fahren wir jetzt da hoch. Okay. Hier zukommt gerade nicht. Das ist gut. Ah, oh Gott, bitte kein Corona-Patient jetzt hier noch. Oh, äh, falsche Tasse. Hupsi. Ah, der Bus ist verdammt groß, er ist so schwierig zu bremsen. Ist mir schon aufgefallen. So. Kann ich? Das dürfte vielleicht auch zwei Haltestellen sein oder drei Haltestellen sein. Oh, wir sind vorsichtiger. So, nächste müssen wir raus. Es gibt ja sogar noch einen etwas längeren Bus, den wir irgendwann freischalten müssen. Und ich habe, wie gesagt, die ganzen DLCs nicht. Sondern ich werde nur lieber die Level freischalten. So, da vorne ist die nächste Haltestelle. Nächster Halt. Ruhestrahlen. So. So, alle Mann. Raus. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Einzelstudien. Ja, gut. Die haben gesagt, vorher ist die Warschauer. Danke. Eine Fahrkarte bitte. Ja, Woche. Standard. Eine. Danke. Eine Fahrkarte bitte. Alter, jeder will Fahrkarten heute haben, ey. So, 20 Cent. Ich brauche eine Fahrkarte. Einzel. Standard. So, 50, 20, 10. Gut. Mein Gott. Weiter können wir fahren. Da kommt unser Kollege. Mal gucken, wen ich gerne noch rüber will. Scheinbar nicht. Ich muss echt aufpassen, ey. Mit dem Arsch schön da rum müssen. Teilweise, wenn das so eng ist hier auf den Straßen. So, Flüsterweg. Und dann könnte ich schon in Richtung Hauptbahnhof gehen. Boah, ist das eng. Teilweise echt. Nicht einfach bei dem Verkehr hier. Ah, da vorne. Das ist die Linie 20 da vor uns. Schau mal, wollen sie alle meinen Bus? So. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ja, kannst du. Woche. Standard. 12 Euro. Okay. Danke. Ich brauche eine Fahrkarte. Einzel. Student. Perfekt. Verpassend. Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. Ja. Einzel. Student. Perfekt. So. Ich brauche einige Fahrkarten bitte. Drei Stück. Tag. Student. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Tag. Standard. 2. 3. So. 1. 2. 4. 2. 3. 3. 3. 3. 3. Ich sag ja, die Bremsen sind ziemlich fies. Die greifen nicht so, wie ich sie haben will. So, nächste links müssen wir. So, keiner fährt rüber oder will rüber. Gestern war es super. Ich war nachmittags im Schwimmbad und hab dann die ganze Nacht im alten Sägewerk Party gemacht. Oh, du Glückspilz. Du musst gestern arbeiten. Tja. Aber dann ist das so. So, der LKW bleibt stehen. Und kommt da noch irgendwas von rechts? Nö, okay. Dann können wir jetzt weiter. Das sind halt die Haltestellate vorne. Oh, wir sind pünktlich. Und danach müssen wir jetzt die Haltestelle kommen. Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. Ja. Stimmt. Oh, zwei. Ich brauche nur zwei Stück. Ja. Tag. Senior. Und gib ihm. Ich brauche eine Fahrkarte. Woche Standard 1. Gib ihm. Perfekt. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ja. Standard 1. Eine Fahrkarte, bitte. Tag. Senior. So. Klar, wahrscheinlich jetzt alle Feierabend. Alle, weil sie nach Hause noch mal ein Bus. Demnächst halt ich will das Hauptbahnhof. Und das könnte die Haltestelle sein. Ja. So, wir sind sogar sehr pünktlich zurück. Auf unserer kleinen Tour. Tschüss. 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 Tschüss, ihr Zwillinge. Ah, wieder Müllsammeln. Mülldings. Hier. So, ich gucke mal nochmal durch. Ich habe nicht irgendwo noch mehr. Müll liegt irgendwo. Sieht aber nichts aus. So, gucken wir mal, wir alles haben. Fünf Schwarzfahrer. Ja, wir hätten, haben sie alle verpasst. Upsi. Naja, egal. 16.000. Gib ihm. So. Haben wir jetzt alle weg? Nein, haben wir natürlich. Aber noch nicht, oder? Oder haben wir sie doch weg? Ja. Scheinbar machen wir sie noch nicht. Schade. Ach, leck mich. Nein. Ich musste hier eine Weite. Na gut, machen wir es sonst mit der nächsten Folge. Okay. Bye.